hallo ist martin von money monkeys dass die dachsanalyse für nun in donnerstag den 14 vierten 2022 damit gleichzeitig auch verfallstag das heißt wir haben jetzt einen handelstag vor ich sag mal dritten freitag im april jetzt dürften noch einige produkte verfallen ist allerdings jetzt ein bisschen im april ein bisschen vermoschelt könnte man sagen dadurch dass gewisse produkte heute gar nicht mehr handelt oder jetzt am donnerstag nicht mehr handelbar sind die hatten gestern ihre letzten handel rechnen heute ab das heißt gar ich würde gar nicht so viel auf dem vorfallstag geben der ist der verschwimmt so und so durch das osterwochenende das sind ja in der regel eher zeiten wo es dann ein bisschen ruhiger wird und man hat das jetzt glaube ich zum mittwoch auch deutlich gemerkt da wurde hier in der zeitung umgeblättert bilder angeguckt ich meine die nackigen damen die sind ja nicht mehr vorne drauf da gab es mal noch andere zeiten aber der herr scheint sich hier anderweitig beschäftigt zu haben das hat man auch im dachs ein bisschen gemerkt da hat so ein bisschen feuer gefehlt also da waren die letzten tage doch ein bisschen spektakulärer wie das was wir jetzt zum mittwoch präsentiert bekommen haben und ich kann mir vorstellen dass es jetzt um donnerstag auch nicht ganz so anders wird ein bisschen zeichnet man das ein zeichnen muss das nicht ich zeichne es mal mit ein so vom auge triggert das nämlich ganz schön gut an hier der abwärtstrend das ist jetzt immer mal wieder thema gewesen martin ist der abwärtstrend martin ist der abwärtstrend warum wird hier nicht auf warum so wie ein short warum so wie ein short also grundsätzlich abwärtstrend ja wir haben aber darüber gesprochen hier 123 bewegung nach unten dass hier gegebenenfalls das enden kann das heißt von hier sind wir davon ausgegangen dass das gegebenenfalls nur ein korrekturmuster war kein abwärtstrend sondern einfach eine korrektur bewegung die hier geendet hat und dann sollte von hier stark nach oben treten das hat er nicht getan und das was danach gekommen ist ist nicht mehr abwärtstrend das ist einfach nur rumgestocher oben wie unten das ist einfach ein seitwärts muster halt na also das ist das ist ein bisschen range das ist irgendwie so alles irgendwie dazwischen verfallstag und so weiter aber es hat auch kein wirklich krasser klarer abwärtstrend wo man gut positionen aufgebaut kriegt wo man gut durchschotten kann und so weiter deswegen einfach für euch noch mal ganz so viel für mich da das hier so und so nicht mit rein zieht oder gar nicht tangiert wird von der analyse ich wollte es einfach noch mal zeigen dass diejenigen die hier so mit abwärtstrend argumentieren auch nicht verkennen wo der aufhört da fehlt nämlich nicht mehr viel deswegen wollte ich das einfach bloß in dem moment hier einfach noch mal kurz zeigen damit das ein bisschen im blick behalten wird dass hier gegebenenfalls gleichen abwärtstrend bruch erfolgen kann oberhalb von der 14.100 das sollte man ein bisschen auf dem tower haben ich würde nachkommen wir lassen die linie einfach drin ist okay ich würde das nämlich jetzt hier ein bisschen umdrehen wird hier einen kleinen ticker fall noch mit nach oben reingehen den unteren fall haben wir ja so nicht umgedreht gekriegt hat alles ich hatte die ganze zeit unserer 14 ne unsere 13 69 die uns da unten so wichtig war die hatte ja konsequent verteidigt gehalten und das auch am ja jetzt heute haben am mittwoch auf verteidigt gut reingekommen wir hatten darüber gesprochen dass das der bereich der muss halt erhalten und dadurch dass es sich hier auch so schön gedreht hat mit 1 60 retracement und sowas hatte sollte durchaus chancen haben sich wieder hocharbeiten zu können das haben wir gesehen zum start das haben wir gesehen zum ende hin wer das bereich den bereich verteidigt eigentlich ist es so tag der hängt irgendwie so dazwischen ja so viel ist gar nicht passiert aber ich finde hat das trotzdem ganz gut gemacht hat das verteidigt sein niveau da unten und solange das nicht bricht deswegen kann man den trigger eigentlich auch so mitnehmen solange das nicht spricht geht hat auch nach unten erstmal nichts auf nein er muss ja drunter muss drunter klauen die 13 69 drunter um sich auch weiteres potenzial nach unten zu aktivieren und wenn er das jetzt nicht tut und stattdessen jetzt hier den abwärts trend nach oben klar um klappert hätte dann eher potenzial noch mal richtung 200 270 vielleicht sogar die 300 zu gehen 315 hier an die tops dran dann haben wir wieder die 340 360 die alten marken das kennt ihr noch und alles was dann darüber geht wird schon deutlich positiver ja habt ein bisschen im hinterkopf freitag ist geschlossen wegen ostern montag ist geschlossen die amerikaner handeln aber montag dann sollten die amerikaner montag besonders schwach handeln kann das sein dass wenn ihr am dax offene position habt ihr ein ordentliches gap in die nase gedrückt bekommt ja wenn wir dann am dienstag den dax wieder handeln können die meisten cfd broker bieten natürlich trotzdem eine kursindikation solange us futures bieten das ist recht üblich das sollte auch am montag der fall sein aber es handeln ja nicht alle cfd es gibt ja auch viele die handeln auktionsscheine und so weiter da sollte man aufpassen was man denn ins wochenende mitnimmt weil ein kompletter handelstag der amerikaner ohne europäer der kann schon gut bewegung haben und wenn die da zwei drei prozent steigen oder sowas an so einem tag oder fallen dann versetzt das eben entsprechend auch den dax mit also dass der dann mit entsprechend versatz am dienstag nächste woche reinkommen kann in den handel und das sollte man einfach ein bisschen im hinterkopf behalten das ist letztendlich immer unkalkulierbares risiko an gap na also gap risiko ist unkalkulierbar da kann alles rauskommen da kann 1000 punkte gibt da kann 50 punkte und 30 punkte wir haben das alles schon gesehen und deswegen einfach passt ein bisschen auf überlegt was er mitnimmt geht kein unnügendliches risiko eine nicht 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 zu viel wollen lieber vielleicht einfach mal ein bisschen ausdünnen und in kauf nehmen dass man vielleicht nicht 300 punkte gewinn mitnimmt aber demzufolge auch keine 300 punkte verlostrisiko hat wenn man eine position hat die da vielleicht eigentlich schon ganz gut dasteht na ansonsten würde ich eher sagen okay wenn wir oberhalb von 14.100 am donnerstag rausgehen hat er die chance dienstag ein bisschen höher reinzukommen sollten wir uns hier nach unten drehen und der geht donnerstag unterhalb von 14.000 aus dem rennen würde mich auch nicht wundern wenn wir nächste woche den tag unterhalb dieser tiefs eröffnen und hier dann noch den letzten rattenschwanz nach unten vollziehen na also soweit meine erwartungshaltung für die nächsten tage habt das im hinterkopf plant das in eure position mit ein und von daher kümmer hier eigentlich schon zu machen wichtig ist hier 14.100 geht er hier bleibt hier drüber drückt dass ich jetzt hier raus aus dem abwärtstrend dann geht es wieder richtung 14 200 14 2 70 14 3 15 und darüber die alten ziele und sollte sich zurückziehen fehlausbruch machen oder sowas na also hier plus kurz drüber gucken fett nach unten aus kann dann zurück unter 14 0 30 dann an der 13 69 rupfen dann wird es wieder nach unten offen muss aber eben auch so tatsächlich dann wirklich kommen halten also muss er wirklich harte rote kerzen nach unten zeigen ähnlich wie am letzten tag oder ähnlich wie gestern na muss halt wirklich die trigger dann nach unten annehmen sonst würde ich ihm eher leicht aufwärtstendenz sogar geben auch wenn der abwärtstrend noch intakt ist aber das ist mir zu kurz vor bruch ja ja guck mal guck mal ich mache jetzt hier zu wünsche euch schön ostern die die bei uns im premium sind es gibt kein webinar über ostern wir sind durchgängig immer wieder kreuz und quer mit familien zusammen so dass da keinen sich keine zeit finden lassen hat wir geben euch dann bescheid wann wir das nachholen oder wohin wir das verschieben wahrscheinlich dann aufs folgende wochenende so viel hat sich gar nicht getan in den letzten tagen ja das bloß noch so als info mit dazu okay also ich wünsche euch spaß schöne ruhige tage für die die man nicht noch mal sieht schöne ostern und erholt euch gut bis nächste woche montagabend dann wieder für das video zum dienstag bis denn tschüss so 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 Vielen Dank.